So, ich bin von hier, und dann? Ich bin hier ganz einfach hoch, aber im richtigen Moment abspringen. Ich geh die Treppe runter! Irgendwie dauert das. Aber hier unten irgendwo noch was? Hier geht was rum? Nee, noch nicht. Ich hab keine Ahnung, wo hier noch was sein könnte. Für du uns, mich, uns, mich, dich, uns. Es muss ja wieder rauskommen. Ja, wir müssen es wieder rauspacken. Ich hab ne Idee. Okay, du darfst. Mist! Ich steh nur mit den Füßen drin! Ah, geht! Oh, okay. Wie viel hast du noch? Eine. Ja, ich auch. Oft können wir das nicht mehr machen. Aber ich glaub, hier war gar nichts, glaub ich, in der Ecke. Ja, hier ist komplett ausgestorben. Ich glaub, im Keller hatten wir doch, bei den Toiletten war doch noch was. Da war nicht nur dieses eine. Da war ich mich nicht irre. Ach, weiß was, egal. Das ist hier Wurst. Guck mich hier hinten vielleicht irgendwo. Irgendwo gab's doch mal irgendein 500er, oder? Dachte ich mal. Mhm. Und das? Das Gewächshaus soll das sein, oder? Ja. Ich glaub, wenn man Zauberer ist, kann man hier doch farmen oder sowas. Die Pilze. Keine Ahnung, ob das sein. Ich hab irgendwo hier auch, im Graben war auch noch irgendwo was. Oder welches Geld. Ah, ich weiß noch eins, oder? Bei der, auf den Ländereien, da ist doch diese Peitschen der Weide, da gibt's doch so ein Loch, wo du rein musst, oder? Ja, stimmt. Ja, da war was. Dann lass da hin. Ja? Äh, wie? Ich glaub hier... Oh, wo sind wir denn jetzt? Oh! Hm. Äh. Nee. Nee. Hier. Ah, hier. Nur noch am wissen, in welche Richtung, ich glaub, in die. Ah, hier. Ja, das... Und dann in die Richtung. Genau, hier. Immerhin. Ich glaub hier oben gab's genau da hinten. Hier. Da oben. Da war doch irgendwie noch so ein Ding jetzt. Da gab's glaub ich vielleicht auch was? Ich weiß es gar nicht. In der Eulerei meinst du? Denkst du in den Turm? Nee. Wie? Ja, da auch. Wo oder wo? Ich mein jetzt... Einmal... Da oben. Weiß ich nicht. Aber... Zumindest hier unten. Vielleicht. Nee. Das war einfach nur so ein Platz. Okay. Ein Grillplatz. Hm. Hm. Sieht schlecht aus. Keine Eulen da. Hm. Hat wieder einer die Tür nicht zugemacht. Hey! Hm. Hm. Ich hab auch schon überlegt. Vielleicht Abkürzung, aber... Nee. Ich hab Featherfall. Ich hab auch nicht. Ich hab nehm... Ja, ich hab... Sag mal, hattest du vorher nicht noch ne Hose an? Nee. Oder war das wer anders? Ich hab eigentlich nur immer... die Schuhe an. Bei dem Haus von... Hagrid. Da glaub ich waren auch... Hagrid auch eins. Ja, ich glaub schon. Ich weiß nicht, irgendwie außen? Oder... Irgendwie hinten glaub ich. Ja. Hm. Doch nicht. Hier die Hebel. Nee. Die sind ja eh auch ne Außenwand. Das ist ja sinn... Sinnfrei. Hm. Ich glaub hier war nix. Hm. Schade. Hm. Ups. Das ist doch die Peitsche in der Weide. Hm. Dann war hier doch... Ich wusste gleich gar nicht mehr wie das ging. Und weg bin ich. Ach nee. Dum, 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 dum. Ah ja. Ah ja. Durchrennen. Dann geht's nicht. Ja, warte. Gold. Redstone. Kohle. Gold. Ding, 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 ding. Hm. Und jetzt? Da ist doch irgendwie an dem Baum irgendwas, ne? Genau hier. Hier oben. Irgendwo... ...ein Weg hoch sein. Ein Leiter, ne? Ja. Oder? Ich weiß nicht mehr. Da unten ist jetzt wieder Hackwoods Hütte. Da, 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 ich hab's gefunden. Da hinten? Mhm. Oh. Klick mich! 150. Ah, das ist... Hier waren aber mehrere. Meins? Kam mir zumindest so vor, dass es so war. Schon ein bisschen länger nachher. Mhm. War nicht hinten noch irgendwas mit Spinnen oder was? Ah, ja. Ja, das kann gut sein. Hier hinter dem Leute? Was ist denn das hier? Hä, sind wir... Komm mal, hier? Das ist doch, wo wir rausgekommen sind. Echt? Ja. Okay. Das war irgendwo hier, da hast du recht. Hier hinten irgendwie. Aber ich glaub da war doch Zugtrip verboten, oder? Ab hier irgendwo. Genau. Wo bist du? Hier. Da durfte man doch irgendwie nicht durch, warum auch immer. Oder ging nicht, oder? Irgendwie so. Du hattest mal mit dem Messer und den anderen hast du dich da mal irgendwie durchgeschmuggelt. Nee. Dann haben sich rübergeportet. Nee. Und da warte ich mal diesen Spinnen. Echt? Ja. Hm. Hier ist alles komplett zugesperrt. Kommt mir nicht rein. Mit einer Enderpelle kommst du auch nicht hin, ne? Dann wärst du drin gefangen. Dann wärst du drin gefangen, ja. Außer dieses Teil wäre nur ein Block groß, damit man halt nicht durchkommt, aber... Ich wüs aber nicht unbedingt ausprobieren. Nö. Ich glaub ohnehin, glaub ich, dass ich jetzt... Was, irgendwas 500? Diese, ähm... Okay, danke. Ganz schon lange Folge. Ja, ich glaub das nehme ich jetzt nicht mit dem Rest vom Anfang dazu. Mhm. Das nenn ich unterwegs mit Hefe. Ja. Zwischendurch. Zwischendurch mit Hefe. Genau. Wichtiges Bauen oder Erarbeiten wichtiger Projekte mit Hefe. Oh. Huiiii. Und vielleicht können wir durchbrechen. Genau. Ach, Mist. Voll auf die Nase. Ich probier's doch mal. Ah. Echt jetzt? Ja. Oh. Oh. Verdammt. Okay, hast du ein Schwert dabei? Boah, das ist ein Giftspinn. Oder? Ja. Wie geht's dir? Nicht gut. Komm her. Ah, scheiße. Oh. Zwei Herzen. Verdammt. Bleiben sie dicht hinter mir. Gibt's da nicht auch ein Schild? Ja. Oh, da, boah, das sind die ja echt. Oh, da geh weg, geh weg. Kommt! Ge weg, geh weg. Ich glaub du hast ein stärkeres Schwert, ja. Definitiv. Einfach durch. Nein! Boah, 500 sind hier. Holst du ja schnell dann. Weiß, was gehen wir gleich zum Spawn. Ja, okay. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, bis was hast du geschafft? Hm. Oh. Oh, 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 oh. 500, eh. ich nehm nochmal extra dazu. Und jetzt noch mal gleich 100 am Spawn. Hm, 1800 wieder. Hm? So macht man Kohle, hier. Hm, hm. Apropos Kohle, ich glaub ich bekomm noch 3000 von dir. Oh, ja. Ich bin mal kurz. Ich bin doch mal weg. Ach so du holst es mit Spawn-Eier immer, gell? Ja, ich habe nicht so viel dabei, ich habe das immer gespeichert in Spawn-Eiern. So viel habe ich ja nicht mehr, weil ich ja alles für Homes ausgegeben habe. Noch 30.000. Ich gebe das einfach in Form von Spawn-Eiern. Können uns bei mir zu Hause treffen. Oder am Spawn. Schwupp. Dankeschön. Gut, aber das ist geregelt. Du hast immer nicht so viel Barres bei dir, gell? Immer, falls mal ein Bankräuber dich trifft oder so. Ja, du hast ja mal alles dabei. Ich renne mit über 100.000 rum, ja. Ehrlich? Ja, 107.000 mit deinen Eiern. Was denn das ganze Geld her? Ja, Shop und so. Ach du, Kacke. Ich habe aber auch noch 25.000 in Spawn-Eiern zu Hause rumliegen. Ich habe vielleicht 50.000 maximal in der letzten Zeit gespart. Und sehr viel habe ich auch nicht ausgegeben. Das Dachenei, das Dachenei. Ja, Dachenei. Ich meine, wenn ich mir das nicht gekauft hätte, 50.000. Weil es steht einfach nur da. Hauptsache, man hat es. Ja. Dann das... Ah, du bist da. Geht der jetzt? Dann das Endportal. Hey! Ich kann ja Sachen kaputt machen. Du kannst es kaputt machen, ja. Eben gerade hatte ich noch... Warte, warte, hast du eine Enerchest? Ich habe doch noch Glasscheiben dabei in der Enerchest. Habe ich doch extra da reingetan. Dann habe ich nämlich gerade da zwischengelagert. Guck. Dann habe ich noch 25.000 für mein Dingsons ausgegeben, fürs Netterportal. Hm. Wo steht das jetzt eigentlich? Das ist da unten. Wo du vorher auf der Druckplatte gestanden bist. Und es geht nur an, wenn man hier aufmacht. Dann gehen diese... Ah. Okay. Stimmt, okay. Da gehe ich jetzt nicht durch. Ja, du kommst nur zu dem Normalen. Und du kommst auch sonst nicht mehr raus. Außer Home und dann wieder zu mir oder so. So. Oh. Ich habe keine Wasserquelle hier. Aber ich kann dir schnell eine machen. Oder... Ach. Schon vorbei. Ich habe eh hier Regeneration und Resistance. Also von dem her. Äh. Die Küsten kannst du aber auch nicht öffnen, oder? Klar. Schon? Okay. Okay. Ey. Was machst du da? Das bringt ja viel. Ich habe gesehen, du feuerst deine Würfen mit Lorenroten. Ist das effektiv? Mit was für Dinge? Ja, mit Blazerots. Lorenroten. Moment. Sprache. Englisch. Dann. Bringt das was? Das ist effektiver als Kohle, ja. Oh. Also vom Verhältnis her. Und da ich ja eh eine Blaze-Form habe, mehr oder weniger, also mit benutzen darf und pen, habe ich von denen eh einen Überfluss, also... ...heiz ich nur mit denen. Ja, dann ist das natürlich... Hast du noch Platz hier für Köpfe? Ja, schon. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Ich will an den Knopf nicht mehr drankommen. Und wie viel sind schon? Äh, vier, fünf... ...sechs, zehn, zwölf, vierzehn, sechzehn, achtzehn, zwanzig, 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 zwanzig... Mit meins. Das war ordentlich. Mit Jampus geht's nicht mehr. Früher ohne Jampus geht's, glaube ich. Egal. Alter, die ganze Seite einfach mal alles zusammengequetscht ist, weil nicht mal alles hinpasst von den Effekten. Ja, das ist echt übel. Ach, den Mittleren kann's ja nicht, stimmt. Könnte ich auch, indem ich unten einen Block rausziehe oder einen Doppelpiss Extender baue. Aber da das Speed ist und Speed ich eigentlich immer haben will. Wenn du unten einen rausziehst, werden doch alle weggemacht, oder? Das würde nämlich auch nicht gehen. Ich glaube, es würde dann bei den anderen zumindest, wenn die die unteren... Auf Stufe 1, vielleicht, oder? Ich hab keine Ahnung. Wenn du auf der untersten Stufe was rausziehst, du hast ja voll ausgebaut, die Dinger, ne? Ja. Dass du, wenn du unten rausbaust und du aber für einen der äußeren zum Beispiel Stärke hast, hast du auch Stärke irgendwo, oder? Ja, es ist jetzt nicht drin, weil es halt... Achso. Dün, 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 so. Irgendwo hast du ja Stärke drin. Dann würde das, äh, falls du Stärke haben willst, du es aber hier in der Mitte, das rausziehen würdest, das untere, damit das hier nicht... Ne, es geht ja auch noch weiter. Du müsstest... Du müsstest... Doch. Doch, ja klar. Dann würden alle rausgehen, weil du bei allen die größte Ausbaustufe bräuchtest. Dann würden alle rausgehen. Fürs Zweier, ja. Genau, Secondary Power. Aber ich bin ganz zufrieden damit. Vor allem, wann schalte ich es schon aus? Also ich meine, Haste und Speed habe ich noch nie ausstatten wollen oder brauchen und Jump Boots, glaube ich, einmal. Das Einzige, was ich ausstattet, ist Regeneration und Resistance, wenn ich wieder in Kopf forme in meiner PvP Arena. Das ist das Einzige. Ach, die ganzen knurrenen... ...Dinger, Hunde. Wie sagst du hier, Erde? Ja, weil meine 3x3-Pistentür im Arsch ist. Und deswegen musste ich das dabei mit Erde ausbauen. Damit keiner reinkommt. Weil die können ja durch die Tür können sie sich ja durchbacken, wie wir ja selber vorher ausprobiert haben. Mhm. Und, ja. Da habe ich ja so nichts geändert, ne? Nein, eigentlich nicht. Ich habe einen Kurzweg nach innen gemacht. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast. Von hier oben. Von draußen. Ach, das ist auch so ein Dingel. Mehr oder weniger. Wer kann nie alles öffnen, die Tür? Hm? Nur welche, die drauf geprotektet sind, ne? Ja. Genau. Ist das wie so ein Stumpf, weißt du, ne? Das erste ist, glaube ich, auf Glas gebaut und das zweite? Moment. Auf Holz. Ich glaube, das erste auf gar nichts und das zweite auf Stein. Nämlich nicht alles zertäuscht. Aber ich weiß nicht genau. Daneben. Ja, ich bin dabei. Moment. So, aua. Genau. So. Duff. Prozent vom Schiff Freiburg war es echt ganz cool weil die ging so schnell aufgekommen dass die Urlaufen bis zu dort warten was wurde schon offen Prozent soll die hier sollen wir drüben der Welt wenn ich nicht anhat dann würde sich hier alles verschieben und so das soll sein das passiert ach war das ja mit dem teilen Krams ist alles ein bisschen verändert wurde mit diesem ach das sind ja normalerweise weiß auch welche ach egal wurscht ganz wurscht also ich wollte da bis Pennen oder irgendjemand wieder hier so fix für das Teil hat und da baue ich es dann worum ich habe kein bock mich selber damit zu beschäftigen das ist mir zu blöd ja ja na gut ich glaube ich muss jetzt doch mal Pennen gehen ja ich auch ich gehe mal nochmal nach oben das ist ja auch ein bock bin oh falsches O wenn ich hier hin Mist komm ich einfach so wieder runter Nein du stirbst wenn du da runter springst nein bist du runtergesprungen ich bin schon da ach so hä ich hab dich gar nicht gesehen ich hab dich gar nicht gesehen geh einfach so ja kannst du auch selber einfach hoch äh oben raus nehmen da oben die Wolle einfach was kaputt bauen genau musst du halt wieder hinsetzen ah da vielleicht nicht klar auf der Seite geht mal hast du noch einen Block ne normal nicht ne so fährte ich zum Glück nicht mit aber der Score den ich eingesammelt hatte irgendwas mit 62.000 oder sowas bin lang nicht mehr gestorben naja das erste mal glaube ich das im Ballon von hier unten sehe sieht man kaum hier das da was oben ist ich sehe momentan gar nicht ja es ist ganz selten dass man ihn sieht eben manchmal durch die Wolke und dann eben durch die Ränderdistanz da langsam baut er sich auf ja wäre er wirklich nicht groß wie so ein wie das Fadenkreuz bei mir ungefähr es geht aber ach doch bei mir hat er ein bisschen mehr ja ich bin auf ja ich auch ich glaub das kommt ja mittlerweile auch oder ne es geht nicht ne kann man leider noch nicht so einstellen wie bei Optifine was steht da denn für ein Schild Achtung Bauchsteff da hat sich tot vorher beschwert weil er ist glaube ich reingefallen und dann hat er gesagt ja hm hmm hm ja das Grundstück ist schon relativ ausgereift aber jetzt habe ich ja eben das Grundstück in Formington da muss ich jetzt dann auch noch oder sollte ich da mal noch ein Haus drauf bauen und hm hm Guck mal. Ja, zweieinhalb Blöcke. Man springt zweieinhalb hoch? Ja, bei Jampus 2 schon. Ach ja, stimmt, da kann man ja auf 2 noch aufspringen, stimmt. Oh, hä? Ich komm gar nicht in die Gegend von deinen Tieren. Ja, ich weiß, da ist eine spezielle Fleck drauf. Weil zuerst hatte ich immer ein paar Probleme, dass mir die Leute die Tiere da getötet haben. Blöderweise geht's aber, dann hab ich eben die Fleck drauf gemacht, für 500 Timonians oder so. Dann hab ich mal einen Tod gebeten, ob er das ausprobieren kann, mit einer Enderperle sich reinzuteleportieren in diesen Bereich. Dann kann er zwar nicht rum, aber er kann mit einem schweren trotzdem noch die Tiere töten. Und jetzt hab ich eine Glasscheibe davor gesetzt. Das geht aber auch. Oh, ja. Och, Gott. Was machst du da? Will ich das wissen? Nee. Lieber nicht. Na, okay, ich glaub. Spät genug. Ja, 5 vor 0. Ach, scheiße, ja, ich geh jetzt dann. Ach, hast du morgen Schule oder sowas? Morgen habe ich Arbeit. Oh. Na, fast schon heute, ne? Ja. Sozusagen. Ich hab morgen frei. Bisser. Schlafen. Du hast mich aber auch, du hast mich aber auch, du hast aber auch einmal gehabt, da du dich bloß hier bearbeiten würdest, aber frei. Oh. War schon mal so. Ja, jetzt, 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 du spielst wieder auf. Das ist aber ein Unterschied, das war nämlich, du musst es arbeiten und ich nicht. Ja, ja. Ja? Ja, ja. Ja? Ja, ja. Ja, ja. Du, 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 subscribe.